verstrahlte grüße meine ödländer und voltbewohner und herzlich willkommen zurück und natürlich hallo cds freunds wenn du demnächst einmal rein guckst jetzt bist du auch im video interessiert kann ich dir auf den kopf schmeißen natürlich erst mal wieder einkaufen wir dann da legen wir erst mal was und zwar ich habe gesagt zerlegen jetzt wieder jetzt ich habe mehr taste gedrückt nicht idiot auch doch nichts gekriegt scheiße aber auch ich will aber koki koki will ich eigentlich eigentlich nicht zerlegen in corgi klopper in corgi klopper hat ja mal wir sollen ja in der unterkunft sollen wir ja im freien modus was bauen wie das ausschaut gerade ok ja fünf stück ja und dann wollen wir hier irgendwo einen wagen hin ja wir haben 27 erreicht ja wunderbar jetzt guck mal doch gleich mal wir sind hier hier fast fertig die lackierung und dann brauchen wir noch einmal 30 wunderbar wenn man denn hier schönes atome neuer wurf ok kann man lassen kannst du nicht aber wir könnten ja mal die kiste hier vorne voll machen und zwar auch schon mal drauf gemacht ja der macht ja schon der macht ja schon da brauche ich sie nicht machen leidung essen und trinken haben wir es doch leidung 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 Alter, Alter. dann brauchen wir auch nicht hilfsmittel die schenk vom normalen ok ja okay gut gut ich wusste sich das noch leuchten ist blut den berg super manier holos notizen jetzt kann ich sehen weihnachtsmann aus plastik cool kopf ich habe nicht an ich weiß anders und wenn man da ja auch noch gut was haben wir denn was machen wir denn als nächstes mir bräuchte noch einen hund und schnell ich bin noch in der selben session und auf derselben map gesagt alle wird es wohl nicht habe ich irgendwas verpasst anscheinend wo kriegt man noch hunde her war nochmal hunde hier kriegt man noch hunde ich brauche eigentlich nur noch einen hat sagt ich habe gesagt einen keine vier hier wir haben so viele skill punkte guck mal charisma rang verbessern was braucht man 100 ok gut was könnte man da rein tun euer resistent wenn du vollständiges rüstungs set dort 20 prozent durch geworfen ich bringe chance von 10 prozent das durchfahren am waffen getötete gegner explodieren ok und die wäre natürlich 50 prozent strahlungsresistenz steht ein red pro sekunde wieder her ok das ist jetzt natürlich wieder eine frage was nehmen wir denn da was nehmen wir denn da was nehmen wir denn nach eigentlich sollte man echt anfangen dass irgendwelche solche dinger hier sowas nehmen ok wann wird das nächste 200 200 ist das da das dauert noch nicht und ja da muss ich mich mal durch fuchsen ja in agilität haben wir dann da wir könnten hier du hältst pro kill 30 sekunden lang 10 prozent schaden ok mach ich noch mehr schaden mal was 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 ja naja versuchen 15 prozent eine springgeschwindigkeit wird zu erhöhten ap kosten um 10 gegen eine gesunde ok blink ausweichen vermeide 10 prozent des erlittenen schaden für 30 aktions punkte pro treffer ja das haben wir schon und verbrauchst beim sprinten 20 prozent weniger aktions punkte keine power rüstung das hört sich doch auch nicht schlecht an 800 ja das und geht immer doch das eine rüstung verschleift 60 prozent langsamer und die reparatur ist günstiger warum denn nicht sage ich mal warum denn nicht so und dass du mal rein nur gut machen schmied was kann man hier rein und was soll man hier glücklicher zuvor klassen wie gestärkte gene wenn ich schlecht allgemein das hier wäre nicht schlecht weiter geht's luft des todes aber kriegt man ja keine keine sachen das ist das problem gucken wir mal bei unserer basis vorbei ich weiß mit den zahlen scheint alles in ordnung zu sein ich sollte die fracht heute noch los schicken können wunderbar lustig dass du das sagst es gibt da nämlich ein paar potenzielle kandidaten und da du gute arbeit leistest darfst du mit über sie entscheiden eine dame von welt hoffentlich hat sie gute ware zu bieten ok 150 ok 150 brauchen wir wo siehst du ja wir messen unseren profit in vorräten die menge die wir mit unserer arbeit machen wir liefern ware und die empfänger zahlen in vorräten ich gebe dir einen teil den du nach belieben wieder reinvestieren kannst ja oder mama bin froh dass dann machen wir doch eine karawane darüber wollte ich mit dir reden naja die rechtlinien wir haben ja das geld klar es ist ja das schöne wir haben hier die kohle also von daher wenn wir das uns mal ein bisschen natürlich was man denn gut auf geht's habe du dumm 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 dilemma jetzt mal nations wieder Oh, hey 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 hey! Und ja genau, bitte! Oh, 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 oh. Nice lovely. Schau mal an, da haben wir noch ein paar Kollegen. Alter, mein Bramini, der ist schon fast tot. Nächste halte Stelle. War nicht viel, Alter, schon halbtot. Die war es jetzt. Komm. Okay. Okay. Was macht denn das, ey? Süßes oder Süßes? Boom. Das jetzt schon was von Halloween drin ist, wundert mich. Ja, Alter, küsst du einfach ab. Hey, wo willst du hin? Okay. Die Wegfindung, ja, ja. Uranrausch, oh, das ist mies. Jetzt aber, jetzt aber, hier, fuck ich. Wir haben Uranrausch. Das ist das beste Event, da kriegt man die meisten legendären Gegenstände. Ja, sorry, du musst jetzt mal ein bisschen schnell... Was ist nicht los? Komm. Blödes Bramin, Alter, ey. Egal, Uranrausch. Rein da, rein da, 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 da. Ich freue mich ja auch. Bitte stehen bleiben und für Identifikation näher treten. Willkommen zurück. Mitarbeiter 01. Erkennungsfehler. Nur Mitarbeiter des Blackwater Bergwerks sind autorisiert auf die Abbau... So. Verteidige, ja, ja, Schützer, ja, ja. Gegnermutation reflektierte Haut. Okay. Komm. Schön, wenn man immer überall hängen bleibt. Oh, da bahnt sich ein Nisan. Danke. Wir stellen uns hier hin. So, alles da, alles hier. Und noch an. Kuchen ohne Ende. Und natürlich hier. Det, 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 deh. So. Und dann essen wir uns noch einen wunderschönen Küchelchen rein? Haben wir auch noch welche. alle was haben wir jetzt an effekten extraktionsvorgang halten sie sich bitte während des betriebs von den extraktionseinheiten feindliche einbringlinge entdeckt die mitarbeiterinnen aufgefordert die einbringlinge zu entfernen bevor schäden an den extraktionseinheiten auftreten der wäder minute was war das alter die die k k k k k Oh, oh. Oh! Oh ja, das ist schön, das ist schön. Ah, das ist schön, das ist schön. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Ah, ihr macht es schon, ihr macht es schon. Uh, canade. Ich bin schon wieder viel zu konzentriert. Das war ein leuchtender. Guck mal, wir haben doch... Okay. 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 Und wieder was legendäres. Oh, schön. So viele Wachen dabei, glaube ich. Entschuldigung. Wollen wir mal runter brutzeln hier. Ach, hey, komm. Um? Nein! 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 What? das führungspersonal fest die person bitte vom gelände entfernen jawoll rechtes bein ich stehe mal wieder da wie gestellten in der kohle ausreichende uranmenge extrahiert und verarbeitet ausgabemengel erhöht mit sachen halleluja hey nix hiermit reflektieren extraktion abgeschöpft reinigungs- und entlüftungsvorgang der extraktoren muss vor weiterführung des betriebs abgeschöpft werden bitte den bereich verlassen hoja machen wir dann mit so als erst mal verwerden hier ein äh und erst mal die waffe weg davon haben wir nämlich genug aber hey man richtig wenigstens immer noch stahl schrott so rüstung nix mich verarschen das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein nix gekriegt naja gut alter fall der immer mehr munition haben das geht echt auch keine kuhhaut mehr denn die eine dritte mal wissen überhaupt es ist ja nicht das ist ja nicht weil ich eine normale kiste die lagerkiste auch des handelns ist voller faszinierender rituale einer kunden gefiel unser austausch so gut dass sie mich um eine chronik dessen bat sie nannte sie es gibt so viel zu sehen so viel zu erleben es ist ja gut hase wenn du es weißt doch meine lieben ödländer und voltbewohner ich bedanke mich fürs zugucken schön dass ihr da war schön dass ihr geliked habt und in diesem sinne habt noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal